Nachdenkseiten Die kritische Website Landesmedienanstalt schikaniert Multipolar Ein Kommentar von Tobias Riegel Ist es eine Retourkutsche wegen der wichtigen Enthüllungen durch das Magazin Multipolar zu den RKI-Protokollen? Die Landesanstalt für Medien NRW moniert aktuell mehrere, teils jahrealte Beiträge zur Corona-Politik und droht mit förmlichen Verwaltungsverfahren Dieses Vorgehen ist sehr fragwürdig, es steht symbolisch für massive Doppelstandards in der Betrachtung der deutschen Medienlandschaft Landesmedienanstalt geht nach Enthüllung der RKI-Protokolle gegen Multipolar vor, schreibt das Online-Magazin Die nordrhein-westfälische Medienaufsicht wirft Multipolar laut einem Artikel des Magazins Verstöße gegen die journalistische Sorgfalt vor und droht demnach schriftlich mit einem förmlichen Verwaltungsverfahren Bemängelt würden teils mehrere Jahre alte Beiträge, die die Regierungssicht auf Corona infrage stellen, so Multipolar Multipolar hatte bislang nach eigenen Angaben noch gar keinen Kontakt zu der Behörde Den Brief der Medienaufsicht hat das Magazin unter einem verlinkten Link bereitgestellt Der Deutsche Presserat schreibt zum, in diesem Fall relevanten Komplex Medienstaatsvertrag und Online-Medien Der Medienstaatsvertrag MSTV ist am 7. November 2020 in Kraft getreten Er bestimmt, dass journalistische Online-Medien, Telemedien mit journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten in denen regelmäßig Nachrichten oder politische Informationen enthalten sind den anerkannten journalistischen Grundsätzen zu entsprechen haben § 19 Absatz 1 MSTV Die von journalistischen Internetportalen, Blogs und anderen Online-Medien verbreiteten Inhalte müssen mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Inhalt, Herkunft und Wahrheit geprüft werden Bei Verstößen kann die zuständige Landesmedienanstalt Maßnahmen verhängen Möglich sind die Beanstandung, Untersagung und Sperrung von Texten Weiter kann die Landesmedienanstalt deren Rücknahme oder Widerruf verlangen § 109 Absatz 1 MSTV Zitat Ende Gipfel der Doppelstandards Auf den erwähnten § 19 des Medienstaatsvertrages beruft sich laut Multipolar auch die Landesanstalt für Medien NRW LFM in dem aktuellen Schreiben Multipolar soll der LFM nun bis zum 23. September mitteilen ob die genannten vier Beiträge angepasst und die verpflichtenden Informationen ergänzt wurden Die Behörde droht, zeitnah ein förmliches Verwaltungsverfahren einzuleiten In einem ähnlichen Verfahren einer Landesmedienanstalt habe das Portal Apollut laut Multipolar zuletzt pro Artikel 800 Euro Bearbeitungsgebühr zahlen müssen Zu den Strukturen der LFM und zum verantwortlichen Personal gibt es im Artikel weitere Hintergründe Konkret moniert würden im Schreiben der LFM insgesamt vier Passagen aus Artikeln und Interviews die in den Jahren 2022 bis 2024 bei Multipolar erschienen seien Bei allen Texten gehe es um die Corona-Politik, so Multipolar Im Artikel werden die Passagen näher geschildert und es werden auch die teils fragwürdig formulierten Einwände der LFM zitiert Darin heißt es etwa, amtliche britische Dateien seien vom Magazin fehlinterpretiert worden oder es gebe, im angeblichen Gegensatz zu Äußerungen eines von Multipolar interviewten Feuerwehrmannes stichhaltige Belege dafür, dass in der Hochzeit der Pandemie viele Krankenhäuser unter erheblichen Kapazitätsengpässen litten Diese konkreten Einwände sind zum einen inhaltlich höchst fragwürdig Zum anderen wird in meinen Augen durch das Vorgehen der LFM auf einer allgemeinen Ebene ein neuer Gipfel der Doppelstandards erklommen Würde eine solche inhaltliche Strenge und eine so fragwürdige inhaltliche Eindeutigkeit an zahllosen Beiträgen in großen Medien unter anderem zu den Themen Corona-Politik, Vorgeschichte des Ukraine-Kriegs oder neoliberale Wirtschaftsordnung angelegt die jeweils verantwortlichen Gremien kämen aus den Beanstandungen gar nicht mehr heraus Diese Feststellungen sollen selbstverständlich nicht die Alternativmedien pauschal und prinzipiell vom Vorwurf der unseriösen Berichterstattung freisprechen Falschinformationen und Behauptungen, die nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt sind müssen natürlich auch bei diesen Medien kritisiert werden Aber Die Ungleichbehandlung in Form einer oft pauschalen Dämonisierung der Alternativmedien durch Akteure mit großer und privilegierter Reichweite einerseits und einer gleichzeitigen tendenziellen Abschirmung großer Medien von Kritik und echter inhaltlicher Überprüfung andererseits ist so extrem, dass allein dieser Tatbestand skandalös ist Der oben zitierte Presserat eröffnet die Möglichkeit, dass sich journalistische Online-Medien auch dem Deutschen Presserat anschließen können und sich dadurch verpflichten, den Pressekodex und die nach der Beschwerdeordnung verhängten Maßnahmen zu befolgen Sie unterfallen dann nicht der Regulierung durch die Landesmedienanstalten Diese Möglichkeiten haben die Nachdenkseiten gewählt Infos zu den Konditionen finden sich auf der Website des Presserats Laut einer Recherche von Multipolar zu den Landesmedienanstalten bestehen Zweifel daran, ob der betreffende § 19 des Medienstaatsvertrags verfassungsmäßig sei So argumentiere etwa der Medienrechtler Wolfgang Lent Die Regelungen treffen ausschließlich Online-Medien was Indiz für eine Sonderrechtsregelung sein könne Die Nachdenkseiten haben sich in vielen Artikeln mit dem Thema Medienstaatsvertrag Landesmedienanstalten befasst Eine Auswahl findet sich unter diesem Text Multipolar schreibt, es prüfe derzeit das Schreiben der Landesmedienanstalt um das weitere Vorgehen zu bestimmen Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte Begre Typische Überleitungen Belong Begleitung friends �� Vielen Dank.